Seit hunderten von Jahren sind die Ereignisse um Heide und Dithmarschen der Grund für eine Vielzahl spannender Geschichten. Etwas ist aber seit genau dieser Zeit aus dem Gleichgewicht geraten. Hier haben wir unseren Dreieggenstein der Norder-, Öster- und Südereggen gebildet. Entschuldigen Sie, habe ich da jetzt was falsch verstanden? Fehlt da nicht noch der besten von den Ecken. Das ist nämlich bei uns auf dem Hof und Familienanschluss gibt es gratis dazu. Der Architekturstudent Nico aus Freudenstadt findet bei seinen Studienrecherchen unerwartet spannende Hinweise auf einen uralten Schatz. Und in der Dithmarscher Stadt führen Heidi vielleicht sogar etwas mehr als nur eine Komplize. So geraten beide in ein unglaubliches Abenteuer, das schon im zwölften Jahrhundert begann. Der gemeinnützige Haiderverein Projekt Kino und der Regisseur Michael Lütje präsentieren eine aufregende Reise durch unsere Geschichte. Tun! Nicht versuchen! Tun! Der Solarpark West ist ein Schlüsselprojekt für uns, für die Westküste, für Schleswig-Holstein. Was meint ihr Schwarz jetzt mit dem Satz, das Kreuz markiert das Ziel? Hohenbär, das Geheimnis der Westerecke. 2021 in ausgewählten Kinos. Gymnasia Nostra Floreat